Hallo und willkommen zur Albenrevue. Das folgende Album widerstrebt jegliche Einordnung. Würde man es in ein Genre, in eine Kategorie ablegen wollen, müsste man sich für etwas entscheiden und es gehe dann doch nicht so genau den Punkt. Die Rede ist von Traditional Music of Amygdala von Laszlo Hortobagi. Nach meiner Kenntnis war das hier das zweite Album von Hortobagi. Sein Debütwerk Transreplica Meccano habe ich ja Vinyl. Allerdings war Traditional Music of Amygdala meine erste Begegnung mit diesem seltsamen Ausnahmekünstler. Die CD ist etwas irreführend gestaltet und soll wie eine typische World Music Compilation aussehen. Wie ein nüchternes ethnografisches Album, das irgendeinen regionalen Musikstil vorstellt. Es hatte auch einen Untertitel aus den Annalen der Gajak-Uteak-Gesellschaft. Das aber ist in gewisser Weise eine Art Spoof. Das Ganze ist mehr wie man heute Mockumentaries macht. Verstehst du, was ich meine? Diese Filme, die wie Dokus aussehen, aber in Wirklichkeit komplett konstruiert sind. Gut, dieses Album ist keine Satire. Dafür ist es viel zu düster. Aber die Richtung wird schon im Titel deutlich. Traditionelle Musik aus Amygdala. Amygdala ist ein wichtiger Bereich des Gehirns. Naja, ich weiß nicht, ob es auch unwichtige Bereiche des Gehirns gibt. Amygdala wird landläufig auch das Angstzentrum genannt. Zumindest ist es der Teil des Gehirns, wo solche Empfindungen abgewickelt werden. Die Musik klingt in der Tat sehr abgründig und oft auch sehr getragen. Mir kommt es eher vor, als hätte jemand eine Reise zu einem fremden Stern gemacht und wäre unter anderem mit einigen Musikaufnahmen von diesem fernen Planeten zurückgekehrt. Der Stil ist nicht zu experimentell, doch die Wahl der Synth-Sounds und die grenzüberschreitende Begegnung von Samples aus den unterschiedlichsten Kulturen machen das Ganze zu einer extrem ungewöhnlichen Erfahrung. Man kann gar nicht sagen, ob man da musikalisch 3000 Jahre in die Vergangenheit oder in die Zukunft blickt. Wow, das ist keine Aussage, die man über viele Alpen machen kann. Das Ganze ist eine Mischung aus Ambient und ethnografischer Musik, vor allem aus Indien, Persien, Nahost, aber auch christliche Chorele finden sich hier wieder. Doch mit so viel Verfremdung, dass man es an den meisten Stellen kaum zuordnen kann. Hortobadi ist ein emsiger Meister des Samplings, der aus akustischen Scherben erstaunliche Bauwerke erschafft. Das ist hoch faszinierend und extrem originell, also vor allem bei diesem speziellen Album. Wenn du also mal etwas hören willst, das ganz anders klingt als der Rest der Musikwelt, Traditional Music of Amygdala ist da ein sehr zuverlässiger Tipp. Ist auch ein gutes Album für Kopfhörer, finde ich, aber man sollte fast alles mit guten Schalenkopfhörern hören. Da spricht wieder der Nerd in mir. Man hört dann nur so oft den Postboten nicht, der unten verzweifelt klingelt. Interessant scheint auch die ganze Persönlichkeit von Laszlo Hortobadi zu sein. Ich hatte diese CD so um 1991 entdeckt und zwar gab es in ihren Zeitschriften immer so kurz gefasste Promobeschreibungen seines Werdegangs, also dass er zuerst Orgelbauer war und dann Musikwissenschaften studiert hatte mit Schwerpunkt Indologie und dass er jahrelang in Indien Musik erforscht hatte. Dann war er auch noch Vorsitzender eben der Gajak-Uterk-Gesellschaft, die er gegründet hat und die sich dem Studium und der Bewahrung traditioneller arabischer und indischer Musik widmet. Er soll auch musikethnologische Fachschriften verfasst haben. Das merkt man auch dem Booklet an. Ich weiß nicht, ob das heute noch so erscheint, aber das hier ist aus der ersten Auflage, nehme ich an, und da bekommt man ein irre dickes Booklet, das jeden Track mit diesen Bergen aus Fachwissen begleitet und allerlei seltsamen Fotos. Gleichzeitig wird die CD hier im Sinne eines Konzeptalbums vorgestellt. Ich lese hier mal aus der Anleitung. Es ist eine musiksoziologische Fiktion in Form von Ritualen und Mysterien, die die Entfremdung und den Untergang großer menschlicher Kulturen beschreibt. Amygdala, der Mandelkern, existiert real in unserem Gehirn. In ihm finden wir unsere genetisch vererbten und von Kultur und Umwelt geprägten Verhaltensweisen. Wow. Ich habe das früher alles für einen elaborierten Teil des ganzen Spoofs gehalten. Ich dachte immer, Hortobadi ist halt ein Typ, der in Ungarn sitzt, kaum seine vier Wände verlässt, aber dafür verdammt gut mit Computern und Samplern ist. Und er hatte diese ganze Identität eines Musikwissenschaftlers erfunden, dass sie gut seine musikalischen Ideen unterstreicht. Das fände ich legitim. Interessante Musik ist immer auch irgendwie eine Scharade. Siehe zum Beispiel Thick as a Brick von Jethro Tull. Aber da täte ich Laszlo Hortobadi Unrecht. Wir sind im YouTube-Zeitalter und man kann Gajak Uteak eingeben und findet Live-Konzerte, die ziemlich cool sind. Und Hortobadi ist ein verdammt guter Citar-Spieler und exzellenter Percussionist. Da wurde ich also eines Besseren belehrt. Aber früher hatte man halt kein YouTube. Mein Lieblings-Track auf diesem Album ist vielleicht Ananke Gat. Das Stück ist eine Art Battle zwischen einer Citar und einem Bass. Und inzwischen weiß ich, dass Hortobadi beides sehr gut spielen kann. Ist ziemlich cool. Aber auch der Öffnungstrack ist gerade wegen dieser Fremdartigkeit hoch faszinierend. Ich gebe dem Album vier Sterne. Es ist ein guter Tipp für all jene, die nach spannender, ungewöhnlicher Musik suchen. Das war Laszlo Hortobadi, Traditional Music of Amygdala aus dem Jahr 1991. Untertitelung des ZDF, 2020